So, Gude und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Tomb Raider Also, er nimmt irgendwie nur mit paar 30 FPS auf Warum er auch das immer tut, weiß ich nicht Letztendlich haben wir aber, hab ich gesehen, habe ich FPS von 60 Also irgendwas, weiß nicht, das Dixury kriegt das nicht hin oder will das nicht hinbekommen Ich weiß es nicht, hab erst noch überlegt, ob ich jetzt zu Fraps wechseln soll Tiefschnee, veransamte Bewegung behindert, einige Aktionen, uh, okay Und ich weiß nicht, ob ich das irgendwie ändern soll Boah, ist das rot hier Krass Ich aus der Vergangenheit und dann suchen sie die... Die Leute? Ach krass Ein Funkgerät? Woah Oh Gott Ja, ist klar Nicht in Tiefschnee, nicht in Tiefschnee Alter Hau ab, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab Alter Huuu, nein Doch, ich hab's geschafft Sind wir tot? Sind wir tot? Sind wir tot? Sind wir tot? Haha, Lara, du hast wohl mal wieder die Tür nicht gefunden Aber so geht's doch viel schneller, Dad Komm her, du kleines Äffchen Gehst du jetzt wieder auf ein Abenteuer, Dad? Ja Mein größtes bisher Also ich finde, ich wäre die perfekte Assistentin Oh, wirklich? Und es gibt niemanden, den ich lieber dabei hätte Aber diese Sache ist zu gefährlich Lara, hör mir zu Eines Tages wirst du in dieser Welt große Spuren hinterlassen Du wirst mich so stolz machen Einen Moment, Schätzchen, ich muss da rangehen Wow, äh Alter Warum nicht kommt der jetzt nicht wieder, ey Komm doch her Achso Hallende Ressourcen Ach, jetzt werden wir komplett wieder eingeführt ins Spiel Ach, wie krass Da haben sie Kräuter und Stoff Stoff? Das sind doch Bären, die ich da gelangert habe Ach, und zufällig ist da eine Kiste wahrscheinlich mit Verband drin Oh, nee, es ist nur ein Tank Und kriegen wir denn jetzt hier Verband her? War hier irgendwas? Nee Ach krass, hier ist ein Dorf Eine Hinterlassenschaft aus dem Kalten Krieg Das Traum, Trinity da unten Pau halten zu halten Ach krass Mehr mongolische Ruinen Der Weg scheint ganz hindurch zu führen Ich muss an dem Bären vorbei Finden sie einen Weg, den Bären zu besiegen? Ach Shit, echt jetzt? Was? Ach nö, na gut, okay Dann finden wir mal einen Weg an diesem Bären vorbei Oh, ist hier noch irgendwas? Ich darf jetzt hier nichts verpassen, ja Alter Ist der jetzt da oben noch? Hallo? Ja? Pärchen? Hallo? Diese Pilze sind Fliegenpilze Ich könnte ein Gift daraus herstellen Ach, Giftpfeile Nice Alter, wie geil Ach, da bin ich runtergestürzt Und dann da aufgekommen Achso, muss ich jetzt, warte mal Muss ich jetzt erst den Dings herstellen? Alter Geh doch mal Da kann ich auch noch rum, guck mal Wieso kann ich denn nicht springen im Tiefschnee? Was ist das denn? Oh nice, okay Dann kann ich da rüberspringen? Keine Ahnung Äh, ach ne, ich kann ja Hä? Wo kann ich denn nur herstellen? Höh? Höhle? Ach Will das Gift upgraden, okay Ach, Glück gehabt Ich dachte grad so, hä, wieso? Okay Ach, sie hat Werbung ist gut Geronimo Jo So, oh, guck mal Da ist noch mehr Yeah Sträucher Geil, okay Jetzt müssen wir da in die Höhle, wo wir schon waren Wir müssen Pilze aufsammeln Wir waren hier, waren wir einmal Da sind wir einmal Hier waren auch noch irgendwelche Hier noch gesehen Die nehmen wir auch gleich mal mit So, jetzt finden sie Stoff für die Giftfelle Ach, Stoff Aufge... Verhalte Pläne, hä? Jetzt muss ich doch zurück, oder? Ah, okay, da muss ich noch hin Aber vielleicht... Boah, nicht dass der Bär jetzt hier drin ist und auf uns so lauert So, er hat jetzt ein Neufallstück Aber anscheinend nicht haben wir Glück gehabt, ähm Wieso macht ihr eigentlich dieses Licht hier, dieses Knicklicht, nur immer dann an? Und nie, wenn wir hier draußen sind Magst du es hier draußen nicht, Lara? Lara? Ah, jetzt hat sie es hinten am Hintern hängen Hübsch, auch nett Ah, das mit dem Tiefschnee, ich finde die Dschungel sehr cool Jetzt hat die Frage, begeben wir uns jetzt? Da vorne auf dem Gipfel, oder? Hier, oder? Hier? Ah, da, da tatsächlich Ach, krass Münz versteckt im Deck Was? Damit sollte ich... ... es anfangen können Ich sollte ins Camp und es versuchen Pfeile ausrüsten Geil Hier sind so ein Münzen sein? Hier sind... huch Hier sind irgendwo Münzen sein Da nicht, da nicht, da nicht Hä? Eine Münze hier? Oder doch hier Jetzt bin ich angeblich schon wieder vorbei Wie soll das sein? Vielleicht da oben? Ich komme da so nicht hoch, okay Okay, jetzt schauen wir mal hier Ah, da oben tatsächlich Ah, das hier sah nicht so eindeutig aus auf der Karte Hack, hack, hack! Wie kann die da eigentlich nicht ganz normal drin rumbuddeln? Ähm... Sondern muss... Da immer wieder so... drin rumhacken Naja, gut Müsst ihr rüber? Hier, Bier... So, wollen wir jetzt mal zurück ins Lager da gehen und, äh, achso, und, äh, Pfeile herstellen, geil, GIF-Pfeile, nutzen das Inventar-Menü, um GIF-Pfeile herzustellen, Inventar-Menü, Munition, GIF-Pfeile. Inventar ist voll, kosten drei, ich hab nur, äh, sonst fehlen noch, hä, sonst fehlen noch, aber da, huch, äh, was ist denn jetzt? Hör mir zu, diese Entdeckung ist zubedeutend. Ich schere mich keinen Deut um meinen verdammten Ruf. Wie kannst du es wagen, mir zu drohen, nach allem, was ich für dich getan habe? Hallo? Hallo? Dad, was ist passiert? Diese Narren! Du machst mir Angst. Ich bin nah dran, Lara. Nah dran an etwas sehr Wichtigem eines Tages. Wirst du's verstehen? Ich will das gar nicht verstehen. Ich will nur, dass du aufhörst. Sei wieder mein Dad. Oh, die Arie. Schüsse? Stopp hier, lauf weiter. Na los, wir haben sie. Oh. Oh, die Arschgeigen. Schnappt sie euch. Schnappt sie euch. Oh, was wichser. 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 Hier ist noch ein Cap, das Feuer war noch warm, sie können nicht weit sein, over. Wichser. Raffen und weg, krass. Tarnung, jetzt ein Gebüsch. Oh, wo ist das? Noch was gefunden? Nice, Gebüsch können wir nutzen zum Tarnen. Geil. Hammer, ey. Ach, wie cool. Ich kann ja noch plündern. Ich bin voll, okay. Oh, scheiße. Ausgefährte Pläne, schleiche Linke. Entschuldigung, die Soldaten vorbei, jetzt in die Höhle. Okay. Shit. Die Einheimischen haben Seilpfeilen gestellt. Wir haben gesagt, dass wir ihnen folgen. Was war das? Wtf? Wtf? Raffen und weg. Nice. Krass erhält man durch die Erkennungverbindung mit Krass und den Marktplatz mit Packs zu kaufen. Warum? Kann man irgendwie schleichen? Guck mal, da sind auch noch welche. Okay. Quats! Der ist weg. Da sind zwei, oder? Noch. Sind ja nicht zwei, die da noch rum chillen. Da muss ich hin. Das sind zwei. Klemm dich ans Funkgerät, versuch die Anlage reinzukriegen. Beim letzten Signal wurden sie angegriffen, dann kam nichts mehr. Das war kurz nachdem uns die Einheimischen bei den Ruinen erwischt haben. Dann kam ihr Rückzug von der Anlage. Das war eine organisierte Finte. Sie wollen uns aufteilen. Die Spionage-Crew hat das versaut. Wir haben Feindkontakt. Bam. Komm her. Komm. Komm. Komm zu mir. Komm zu mir. Komm zu mir. Bats! Rein mit dir. Hehehehe. Oh. Oh. Bats! Yes. Ich meine, traurig. Echt traurig. Oh nice. Das Zielfell geholt. Cool. Kann ich das hier auch noch ausschalten? Okay. Bin grad so ein bisschen, äh, noch so in diesem Mundauf-Modus. Äh, äh, weil, äh, Gründe. Geil. Wir machen uns bereit. Ich war auf dem ersten Flug nach Sibirien, um die alte Sowjetanlage zu schützen. Jetzt kommen jede Minute mehr an. Konstantin hat für die Neuen eine Rede gehalten. Ich habe mir das angesehen. Ich höre ihm gern zu. Wird nie langweilig. Der Glaube war nie was für mich. Es waren immer nur Worte. Das hier ist mehr. Es ist die Wahrheit. Ich war kaputt. Aber Trinity macht uns wieder ganz. Gibt uns ein Ziel. Eine neue Welt wartet. Selbst die, die nicht glauben, werden eine Rolle spielen. Ach, ich sehe so Parallelen zum ersten Teil, weil da ging es ja auch um Glaube. Um zu werfen, Ziel und abzulegen. Halten sie Ziel gedrückt und abzulegen. Okay, abgelegt. So, ist sie jetzt? Alle Teams Augen offen halten. Die Einheimischen haben im Wald fallen gelegt. Okay, so ist sie. Wo war da noch jemand? Ne, okay. Okay, wir gucken aber gerade noch mal in den Pilzen. Das wundert mich gerade so ein bisschen, dass wir keine Pilze mehr haben. Ich wollte jetzt gerade noch mal hier gucken. Jetzt sind keine, ne? Also mit dem Giftfall komme ich jetzt an diesen Bären vorbei. Anscheinend. Aber ganz verstanden hatte ich es nicht, warum ich jetzt auf einmal den Giftfall hatte. Weil ich dachte, ich hätte keine mehr. Und dann hieß es ja, ich muss ins Lager gehen und welche herstellen. So, da hoch muss ich jetzt. Gehen wir jetzt nochmal da hoch? Lautlos. Nice. Verdammt. Verdammt. Er ist noch da. Na klar, ist er noch da. Was dachtest du denn? Besiegen sehen wir an. Wo ist er? Ein bisschen Angst vor dem Tier. Na? Hallo? Zwei Pferde, okay. Zu eng zum Kämpfen. Ich locke ihn raus. Mit Fleisch, oder was? Hä, Fleisch? Wo krieg ich denn jetzt Fleisch her? Ich bin jetzt hier Fleisch. Wir räumen jetzt mal gerade alles mit. Was hier so ist. So, was hier war noch irgendeine Feier. Da bin ich auch noch ein. Ah, ich bin voll, okay. Da sind noch Sträucher. Okay, da komme ich nicht dran. Das hier kann ich... Was ist eigentlich damit? Ach, da gibt es auch Pilze. Jetzt sehe ich es erst. Oh krass, sogar vier. Aber warum kann ich da nicht dran? Okay. Wow, 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 wow. Okay, der hat uns gleich gesehen. Okay. Boah, Alter. Yes. Yes. Boah. Alter. Uh.